ich verdrückte jetzt gerade noch ein paar makaroni ich bin nicht so der soßen mensch da ist noch ein bisschen soße von der portion davor übrig das reicht mir ich bin ehrlich ist es dienstag halb acht ich bin nur so früh wach weil ich gleich zum arzt muss und ich hatte die sieben millionen idee dass ich dorthin laufe und dann zurück joggen dann habe ich mich direkt auch meinen sport ich habe jetzt das hier an ich zeige es euch gleich mal ist eigentlich schon passt eigentlich schon farblich gut zusammen vielleicht werde ich am ende doch modeberaterin ich bin jetzt unterwegs zum lö arzt und dann jogge ich zurück ich freue mich schon gar nicht ich bin jetzt mit joggen fertig war ein richtiger reinfall heute ich bin von der arztpraxis nach hause gejoggt und da gibt es super viele stellen wo du halt mit der ampel über die straße muss und ich hatte natürlich so gut wie immer rot und das hat irgendwie meinen rücken muss voll durcheinander gebracht ich hatte jetzt seitenstiche und habe zweieinhalb kilometer geschafft naja für diese woche habe ich mir mal keine kalendereinträge gemacht ich habe mir nur eine kleinigkeit vorgenommen und zwar dass ich wieder anfangen zu schreiben schreibe nämlich sehr sehr gerne und habe das jetzt lange lange wieder vernachlässigt und möchte jetzt wieder damit anfangen und das eigentlich auch gern zu einer routine zu einer gewohnheit machen ich arbeite nämlich an meiner eigenen welt ja ich habe drei geschichten bis jetzt geschrieben in der welt die ich halt selber baue das ist noch nicht viel und neben den geschichten arbeite ich halt auch an den details der welt also was gibt es so für kulturen was sind die eigenheiten der kulturen so ein bisschen an der karte arbeite ich auch also aber es ist alles noch in den kinderschuhen und das ist der plan für die woche natürlich dann halt eben noch die geschichtsstunde für den stream am sonntag vorbereiten aber ansonsten habe ich mir einfach mal für diese woche nicht zu viel vorgenommen weil ich das gefühl hatte das nicht letzte woche ein bisschen überfordert hat ist mittwoch halb zehn oder so ich bin von einem schon aufgestanden und jetzt überlege ich habe ich zuerst sport mache oder mich direkt hinsetzen beschreibe ich glaube es wäre schlauer wenn ich jetzt sport machen weil sonst mache ich das nämlich nicht kleines update zu meinem tag ich bin hart am vegetieren auf der couch ich habe doch nichts gemacht ich wollte einen sport machen und schreiben habe ich doch nicht gestern wollte ich auch schreiben ich saß auch auf der couch und dann wurde ich gefragt ob ich eine hausarbeit korrektur lesen kann und dann war ich noch kurz beim dm und ich habe gestern nichts gemacht aber es war okay es hat sich trotzdem gut angefühlt und heute habe ich wieder so ein schlechtes gewissen manchen naja ich schlüpfe jetzt mal aus meinem meisten pyjama und mache sport es ist donnerstag ich bin heute sehr spät aufgestanden und ja jetzt mal sehen was so abgeht heute ich gehe jetzt los mit juk wir gehen uns jetzt ein schönes frühstück kaufen so brötchen croissants sachen er hat nämlich auch urlaub ja ich habe es dann abends oder eher gestern mittag zu schmerzen in der waarde bekommen das ist immer wenn ich auftrete tutsch weh jetzt rumpel ich mir so einen ab deswegen werde ich hat wahrscheinlich nicht darum gehen schade wir haben super lecker gefrühstückt und jetzt gehe ich auf der couch hat mir sein werden kissen was für mein bein und möchte jetzt ein bisschen schreiben ich habe es gestern geschafft knapp 500 worte zu schreiben und möchte das was gern wieder machen aktuell sieht es so ist freitag und ich weiß gar nicht wie früh oder spät es ist ich habe irgendwie halb zwölf oder so jedenfalls jetzt sitze ich hier und arbeite jetzt am vod bereitet das vor für den stream am sonntag ich bin jetzt fertig und habe den stream für sonntag vorbereitet ich bin übrigens auch wieder in pyjama also chillig und jetzt weiß ich irgendwie nicht so recht was ich mit meiner zeit anfangen soll ich setze ich mich hin und schreibt ein bisschen oder so ich habe es tatsächlich geschaffen habe noch mal ein bisschen was geschrieben das war jetzt der dritte tag in folge und das fühlt sich ziemlich cool an dass ich das jetzt schon dreimal geschafft habe ich habe jeweils einfach nur eine neue geschichte angefangen also nicht was weiter geschrieben sondern ja eine super super kurzgeschichte in form von so 500 bis 1000 wörtern ganz cool und jetzt gibt's keine loni ich habe jetzt gerade gestreamt ist übrigens samstag und jetzt werde ich einkaufen gehen ein paar sachen erledigen und dann heute abend chillen ich muss noch meiner warte geht es immer noch nicht so gut ich bin ein bisschen gefrustet dass sich das jetzt so lange zieht ja ich hoffe einfach dass es besser wird ich bin jetzt zurück auf dem weg nach hause vielleicht fragt ihr euch jetzt auch vielleicht aber auch nicht was ich jetzt genau eigentlich so geschrieben habe und wofür das gut ist und sowas und wie ich ja schon gesagt habe arbeite ich eben an meiner eigenen welt und ich habe so einen kleinen plan im kopf ich möchte aber noch nicht zu viel verraten sondern denke werde ich werde darüber dann einfach in den nächsten blogs immer mehr erzählen und aber zum abschluss würde ich euch gerne einen ausschnitt einer meiner geschichten vorstellen die dämmerung legte sich über den fjord fündigte das ende des letzten sommertages mit einem kühlen wind an der über das wasser wehte langsamen schrittes bewegte sich die menge zum ufer in den händen hielten sie fackeln von denen kleine funken gen himmel stoben doch schließlich im wind erkalteten und zur erde sanken am kopf der menge liefen große gestalten die ein kleines boot geschultert hatten im gleichmäßigen schritt bewegten sie sich auf den steg am ufer zu der weg dorthin war mit weiteren fackeln geschmückt die in den boden gesteckt wurden ein wort entkam den mündern des zuges der dumpfe ton ihrer schritte war das einzig hörbare als die vier träger am ende des steges angekommen waren ließen sie das boot auf den hölzernen boden sinken nun war auch der inhalt erkennbar eine frau von blassem antlitz war an dem boot auf holzscheiten gebettet neben ihr auf beiden seiten waren verschiedene gegenstände platziert darunter eine vase mit goldenen verzierungen eine kleine truhe mit aufwändig geschnitzter oberfläche eine holzfigur eines bären und blumenkränze aus roten und gelben blüten und blüten nach dem soldat aus 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 aus